Ich fand die Begründung von deinem... Oh! Nein! Was ist? Nein! Was ist das? Nein! Nein! Ich... Ich hab so gelacht. Ich hab auf den Chat geguckt und bin hier runtergefallen. Ich lieg jetzt hier am Strand mit gebrochenen Beinen. Nicht ehrlich, oder? Doch. Und ich roll mich gerade. Oh mein Gott. Nein! Ich wollte das erzählen mit deinem Cousin und hab so gelacht und... Nein! Yo, bist du ein Doktor? Kannst du mich heilen? Ich weiß nicht. Hast du diesen EpiPen? Nicht? Yo, ich glaub, den hab ich. Yo, I need a Doktor! Please! Kannst du den einsetzen? Warte, den EpiPen hab ich. Okay, ich kann mir den... Aber ich glaub, der ist nur gegen Katzenallergien. Okay, ich geb mir die Spritze. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, warte, warte. Er hockt sich hin. Er guckt. Und? Warte mal, warte mal. Er hockt schon mal. Warte, warte. Das ist die falsche Taste. Jetzt hab ich mich wieder hingelegt. Komm, steh auf. D versuch. Nein, es bringt nichts. Nein, ich hab gebrochene... Was, was können wir machen? Jetzt hab ich hier einen Krüppel, Alter. Bitte töte mich. Oh, ich roll mich wie so ein Seerund hier gerade. Oh, bitte helf mir. Bitte töte mich nicht. Bitte rette mich. Ich bin immer noch nützlich. Ich bin immer noch nützlich. Nein, bitte töte mich nicht. Nein, ich bin noch nützlich. Ich kann dir helfen. Oh nein. Was machen wir denn? Warum rolle ich mich wie so eine dicke Seerobbe hier am Strand die ganze Zeit? Oh nein. Bitte rette mein Leben. Guck mal, ich kann mich rollen. Ich wollte dir das eigentlich erzählen. Ich hab kurz auf den Chat geguckt und wollte das erzählen mit deinem Cousin gestern so. Daisy ist voll unlogisch. Die haben hier eine orthodoxe Kirche, aber keine katholische und so. Oh mein Gott. Leute, kann mir jemand sagen, wie ich mich heilen kann? Also wie kann man gebrochene Beine heilen? Kann ich dir irgendwie eine Spritze oder so rein? Ich hab keine Ahnung. Eine Giftspritze vielleicht. Warte, lass mich mal schnell googeln, wie man gebrochene Beine, warte mal. Daisy gebrochen, warte mal, Daisy stand alone, gebrochene Beine heilen. Warte mal, da gibt's irgend so'n, so'n Guide gibt's hier gerade, warte mal, warte mal. Oh mein Gott. Ist das hier Daisy stand alone, warte mal, Saline back, blood back? Ah, nein. Pain-Killer, ich weiß nicht, nein. Vitamin-Bottle, nein. Nein, Antibiotika auch nicht. Da ist sie. Dieses Effa-Dingens, dieses Dings, was ich habe, das bringt was, wenn du ohnmächtig wirst. Ja, aber was sollst du... Morphin brauche ich, Morphin-Auto-Injektor. Falls ihr gebrochene Beine oder ähnliches habt, wird das mit Morphium geheilt. Mit Morphium? Scheiße, wo kriegen wir denn jetzt Morphium her? Ich hab' noch nie Morphium gefunden, scheiße, ich bin da voll am Arsch. Ich auch nicht. Ich bin tot. Ich hab' die Fähigkeit. Mein Leben ist vorbei, nein. Das ist so... Nein. Yo, guys, I need Morphium. Can anyone help me? Soll ich vielleicht mal ganz kurz ins Krankenhaus gehen? Ja, geh mal bitte, frag mal ne Krankenschwester oder so. Ich arbeite mich mal wieder nach vorne irgendwie. Oh, nein. Ey, das ist ein Meter und ich brech mir die Beine? Lass mich verarschen? Das war letztens auch, wir sind 50 Zentimeter gefallen und beide hatten gebrochene Beine. Really? Das ist hier voll übertrieben, der Fall Damage. Alter, aus was bin ich denn? Aus Glas oder was? Ich bin ein schwarzer Starker, als ob ich mir so schnell die Beine brechen würde. Also, wenn man sich hier in real life so schnell was brechen würde, hätten wir dann aber alle nur noch mitgebrochen. Ja, dann wäre ich schon längst, weiß ich nicht. Dann ist man wahrscheinlich schon tot. Hätte ich mir schon alles gebrochen, was es gibt. Oh mein Gott. Ich sehe gerade aus wie ein dickes Walross am Strand, ey. Ansonsten fessel ich dich einfach gleich und fühlst doch nicht mehr. Was? Ja, super. Das sind die richtigen Teamkameraden, ey. Kaum eine Verletzung schon nutzlos und dann wirst du einfach... Ja, du bist voll rassistisch, mein Freund. Und dann tötet er mich einfach. Wasst du das jetzt, wenn sie mich schießen? Yo, I need help, please. Jetzt kommt da gleich so ein Kerl hin, zieht dir einfach alles ab. Gleich kommt da so ein Pädo hin und zieht dich so weg. I need help. Weißt was, ich gehe mal... Oh mein Gott, ein Zombie kommt. Hilf mir. Hilf mir. Ich bin mir jetzt... Los, hau. Ich habe Blutung. Hau doch. Was tut der? Los, du dicke Robbe. Schlag doch zu. Oh mein Gott. Ich bin gleich tot. Es ist vorbei. Ich wollte in die Kirche gehen und beten. Vielleicht gibt es eine Wunderheilung. Oh mein Gott. Ich bin ohnmächtig.